Servus Y-Day bei eurem Black Ops 2 spielenden SD-EVA Ja wir legen heute nicht die Bombe auf Ziel A oder B oder oder sondern wir machen heute wie nennen wir es einfach äh eigentlich äh 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 Schilderschubsen 2.0 Deluxe tiefergelegt mit roten Streifen und Punkten zwischendrinne und so müsst ihr euch vorstellen wir sind jetzt hier im Mittelalter ja äh und diese Menschen sind alles kleine süße Pferdchen ja ich hab äh genau hü und so und die Schilder sind richtig fette Lanzen also ne das war jetzt keine Anspiele auf irgendwas aber äh ja genau und zwar machen wir das wie folgt also damals im Mittelalter sind die Pferde aufeinander drauf zugeritten und haben sich mit ihren Lanzen geboxt und umgehauen und so werden wir das jetzt ungefähr auch machen bloß halt dass die Lanzen die Schilder sind und die Menschen die Menschen sind halt ohne Pferd obwohl man könnte eigentlich Katzen reiten oder? äh ne kann man nicht so ähm ja werden wir mal schauen wie sich das ganze verhält hier dann würde ich sagen der allererste ist der Papa Schlumpf und der Name den ich lesen kann also Name den ich lesen kann und Papa Schlumpf ab die Luzi hm mal gucken geht los und 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 bam ja also der erste Fail ist gefällt und ihr habt wie gesagt alle bloß einen schubsen und dann müsst ihr euch äh wieder neu gruppieren also so halt wie ihr es macht und dann wieder aufeinander drauf zu rennen habt ihr bestimmt schon mal gesehen na komm ab ab die Luzi und und hm gefehlt und halt weiter und und bam jawohl so Boxenchecker alles da kannst du dein Team zurück wunderbar mein Gegnerteam hat dadurch eben Punkt äh äh wie so wen haben wir denn hier Revenge Hunter Revenge Hunter gegen Apfel Oxtenchecker du kannst dich hinten wieder anstellen wenn du möchtest hinten wieder anstellen wenn du möchtest hinten wieder anstellen wenn du möchtest ok kaputt naja los ab gehts ab gehts jetzt hier aber jetzt will ich auch was sehen von meinem Team hier ja die dürfen sich nämlich auch nie rumdrehen weil das geht auch schlecht ne also ab gehts hier da der Fisch macht euch kaputt Jungs macht euch kaputt ach du bist doch ach das ist lustig so komm aufi 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 und bam da gab es direkt gegen den Kopf ich glaub du wirst verlieren heute nein 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 das täuscht schönes Ding so IC du hast die Bombe du bist hier der Elite Joker von meinem Team ich hab Angst ich hab Angst komm aufi 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 sobald alle beide hinten sind immer wieder rumdrehen und gib ihn BAM das war immer Eistie das war immer nicht schlecht nicht schlecht Herr Späßt wenn du da hüpfen du darfst du auch so hüpfen na klar man darf doch auch so hüpfen müsst ihr euch vorstellen alles was die Pferde machen dürft ihr auch machen ne so Rage Mode gegen den Namen den ich nicht lesen kann auch schon wieder ab gehts immer diese Namen den ich nicht lesen kann verrückt oh gefehlt ich werd mal hier hingehen so gleich wieder rumdrehen und direkt geben ah von hier ist es auch schön oh Bubu Bubu hallo Bubu du bist auch dabei jawohl ja so ich glaube mein Team ist übrigens am nie gewinnen so Bruder nachrücken Bruder nachrücken geht weiter Sonic gegen Namen den ich nicht lesen kann juhu gut ach ne das ist Dante genau hat man ja gesagt dass er so hüßt ne los doch Nick ey jetzt machen wir was oh neeeeeee Scherze jetzt komm ey ne Tempest Tempest jetzt ab abboxt den Trismax komm gib ihn jetzt gib ihn direkt Juh gib ihn direkt Juh komm wir zerstören Steves Steves Team nein boah ey das war immer ähhh so Trismax gegen gut na komm macht euch kaputt schlagt euch die Köpfe ein BÄM jawohl wie gegen ne Wand wie gegen ne Wand ich bin jetzt ja kannst du eigentlich schon mal Teebeulern ich Teebeulern nicht ne ne das ist schon sorgisch das finde ich jetzt nicht nett Steves jawohl so Loll Lukas gegen äh Daumenkuchen hier warte Invader komm Invader gib ihm gib ihm BÄM jawohl ha am absagen hier meinem Team so wirds nämlich gemacht so geht das nicht hier so ey was bist du denn für einer ach ne du musst auch dort hinter wieder ne 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 nicht verstecken ihr seid alle dran der Raceline ist irgendwie AFK hier der bewegt sich nicht ein Stück hier Raceline? ähm gelitten so hey da war doch was essen ja da war was essen ja super war da weg essen macht man nicht ja das gab es damals auch nicht mitten im Video essen gehen das ist Leike Boss musst du erstmal drauf haben so Ice Age äh warte nee Ice Tea das ist übrigens ziemlich ungesund ist gegen wo gegen Apfelglobe oder wer ist denn dran ja komm einfach vor er steckt gleich dran gib ihm komm gib ihm Ice Tea macht es oh 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 das ist gefehlt aber Ice Tea mit seiner Bunnyhop Taki ist nicht schlecht nicht schlecht aber wenn sie alle beide Bunnyhopten dann gelitten ja boah ist das fies ey bei Windern so nächster bitte nächster bitte oooh Boxen checkern ach komm mach was für Österreich setz dich für das Land ein Triss Max komm gib ihn also gib ihn natürlich komm mach ihn kaputt komm die Fähre sind scheu die Fähre sind scheu das ist kaputt für dich äh was genau wenn du den Boxen checker jetzt nicht kaputt machst gibts kein kompott für dich also also mach mach also ne was war denn das jetzt schmerzen haben eure Fähre gescheut oder was gehts heee bin ich tot na komm ab ab gehts hier ähm mach so eine Frage wieso bin ich tot ähm weil du essen warst weil du essen warst jetzt ist 2 gegen 2 hinten tut sich jemand verstecken seh ich das richtig Bubu trollt wüsst du nicht rankommen hä na komm Bubu jetzt bist du nämlich dran was ja jetzt bist du dran los go 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 komm ehje los komm los komm ah was denn das soll ich doch gegenseitig besteigen irgendwie kann das sein da muss ich besteigen ja nein heißt die schon dritten geboxert ey was denn da los das ist ja falsch super T-Beutel einfach alle ist schon ok so Boxenchecker jetzt checkst du mal die Boxen ab oder äh äh komm benutzen komm komm benutzen ein Schild benutzen ein Schild komm zeig es uns ja ne ja so ich würd sagen das schreit nach einer zweiten Wunde oder ja aufsicher auf jeden Fall ja auf jeden Fall das kann ich muss ich muss ja zeigen dass Steve nicht unschlag kann Bitte bleiben Sie noch, bleiben Sie dran, nach dem einen Werbespot geht es weiter. So, wir sind alle bereit und bereit zur nächsten Runde und ja, ihr seid richtig, ich stehe in der Reihe, das heißt, nach Ice-Tee bin ich dran. Also, ich hoffe natürlich Ice-Tee, dass du auch das machst, was du in der letzten Runde gemacht hast, ne? Jo. So, die Ersten gehen bitte an den Start, Herr von Boxen-Checker, checkt die Boxen ab und trist, Max, ihr dreisten Leute, ihr macht euch jetzt echt richtig kaputt, habe ich gehört? Also, ab geht die Luzi. Bam! Ab geht die Luzi und die Luzi geht ab, ey, lov, lov, lov. Ja, das war weggecheckt. Na klar. Free-Tee-Beutel, äh, Trismax, du bist aber falsch. Ja, so ungefähr. So, Papa Schlumpf, wo ist deine Schlumpfhine? Rausgelassen. So, Raceline, jetzt hast du mal deine Chance. Ach, jo. Komm, zeig's uns, wie es eigentlich geht. Hm, ja, fast, fast. Hey Leute, immer auf der Falle. Lass mich in Ruhe, Sonic. Komm, Pott machen. Hä, was? Hä? Bam! Nice. Ach so, das war Raceline, das hat die Luzi. Oh, der sieht dadurch, äh, Papa Schlumpfhine anstehen bitte. Oh, ja. Ich glaub, das sieht nach einem eindeutigen Sieg für SDVM-Mannschaft aus hier. Sonic gegen, ab geht's hier, wer da auch ist. Bam. Äh, was? Was? Bam, ey. Irgendwie haben sie sich gerade verfehlt, kann das sein? Ja. Oh, jetzt von unten her anstehen. Oh, extrem ewig. Schön, Dante, ich bin stolz auf dich. Er ist aber auch der Einzige. So, jetzt ein bisschen das vernarrt, könnt ihr jetzt sehen hier. Ich hab nicht durchs Schild getötet. Komm, ab geht's hier. Und... Komm, Tempest, mach's den Platz. Nein! Puh, Tempest, Puh. Lockerlässig. Ei, das kann ja jeder so, echt. Eindeutiger Sieg? Ja, klar ist, das ist ein eindeutiger Sieg. Seht ihr, dass die, wie wir siegen, eindeutig? So, Nächster, bitte. Ich bin geschätzt, äh. Das denkst du aber bloß du, weil du ein Schild hast. Nein! Yay! Schild! Puh! Ja, das war fair. So, das lasst du ja fast jetzt hin. Ich bring mich und nehme ein Schild auf. Wo ist das Schild? Wo ist dein Schild, Ice-Age? Äh, T-Fail. Liegt dein Schild rum, irgendwo? Ja, ist dein Schild. Ja, das ist ein Schild. Was? Wollst du denn? Wollst du denn? Wollst du denn? Wollst du denn? So, ab geht's. Was machst du denn? Bam! Jawohl! Du Idiot! Du Idiot! Go, bo, bo, go! Ach so, ich? Oh, nö! Ach, Halle, bo! Klar! Na, komm mal her, ich zeig dir, was er da ist hier! Bei Panzer oder was? Mann, oh! Jawohl! Liebeste Spring-Taktik ist immer nur das Beste! Free-Tee-Beutel, also ihr könnt alle mal den Tee-Beutel nehmen. Uuuuuhhhhhh! Ne, war Spaß. Bapp oder? Haha! Wenn sie, wie sie da alle ankommen, wenn sie Tee-Beutel nehmen können, willst du? Ist echt unklar. So. Invader, invadest du mal wieder Trist-Max? Ich hör's schon riechen, das wird echt was. So, ab geht's. Äh, 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 äh. Äh, 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 äh. Er hat sich umgedreht, der muss sterben! Mhm, der muss sterben! Man kann ja mit dem Kopf zurückgucken sozusagen, ne? Also, äh, 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 äh. Er stimmt doch eh gleich, pass auf. Trist-Max geht los, na? Wo lte sie besorgen? Ha ha gewinnen! Haha! Beziehungsweise... î, na ja... eigentlich mein Team, nein. So, ab geht's. Eisty, du warst vor mir! Äh... Eisty, Messerkampf! Na gut, äh, da andere nimmt auch mal ein Messer. Das ist Verbleib. Dante, gegen Eisty, ab geht's! Messerkampf! Ja, oder äh äh... So, warte. Jetzt bin ich am Schüssel. Oh mein Gott! Wenn ich jetzt sterbe, was mach ich denn da? Oh nein! Wenn ich jetzt sterbe! So peinlich! Du hast ne Tempest! Okay, ich hab Tittenbonus. Und Segen der Bombe. Nein! Ah! Willkommen! Na klar! So, ab geht's! Jawohl! So, ich bin noch Savage. So, nächster bitte! Papa Schlumpf vs. Schlumpfine! Und? Wochen! Da wurde Papa Schlumpf weggeschlumpft. Ich glaube Savage hat kurz vorgedrängelt. Ne, ne, ich will nicht. Lass mich in Ruhe. Siehste? Also, nicht schummeln hier. Leute, Lukas gegen. Nehm mich hier Dingens und so. Dante? Ich hab wieder Dante. Dingens und so. Wir müssen jetzt winnen. Wir müssen jetzt unbedingt winnen. Ja, ich hab die Woche wieder zu winnen. Boah ey. Ey, was sind das denn für Pferde? Die waren so... Die halten immer zwischendurch an. Das geht doch nicht. Die waren immer! Btsch! Ja, voll! Nein! Also, obwohl. Nein! Nein! Tee weg! Hab ich ihn jetzt so. Ja, genug geteitelt hier. Englisch Tee oder was? Ja. So. Tee time! Ab geht's! Oh oh! Oh oh! Ivan hat Angst! Was war das? Ja, genau! Hab ich gar nicht gesehen, so schnell ging das. Verrückt! Revenge, komm! Mach'n kapott! Jawohl! Tee Beutel time! Eins gegen zwei! Nein! So! Teef, du bist dran! Teef, wir haben ein Problem! Was? Obwohl! Hm! Fail! Ups! Ich muss dran! Nein! Dadam nam nam nam! Dada dam nam 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 nam! Perfec! Ich muss die Beutelen! Ok, zurück! Zurück in die Reihe! Hinter die Reye! So! Seven! Ab geht's! Ok, komm! Ich mach's auf Platz, hab ich gehört! Ja! Komm, wir sind das Dream Team! Nein! Steef, du musst die Bombe holen! bombe bringt Glück! Let's, let's, let's kill Steve, bitte. So, jetzt ewig, ewig Sprung. Hui. So geht los. Das ist jetzt verreckt, ey. Jawohl. Können sie alle einpacken. Like a killer und so. Ewig Sprung. Meinst du, es bringt dir Glück? Na klar. Jawohl. 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 Like a boss. Geil. Wir hatten den Bombenbrunten, hab ich gehört. Alle weggeboxen, ey. Bam. So, Leute. Wie hat es euch gefallen? Gut, doch? Schau in die Kommentare. So. Wir sind raus. Mit dem geschmeidischen 2.0. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Euer Steve Pitti und die anderen Menschen. Andere Menschen. Tschüssi. Tschüss. Heute mal wieder verrückt. Wiedersehen.